So Boys, das ist die neue Meta. Sanchez, ich wollte dir auch einfach mal sagen, dass du wirklich ein Stück Scheiße bist. Und dass ich mich sehr auf Bruno freue, wenn du endlich weg bist. Boah, das ist Renato Sanchez, bester Mann. Ich wusste schon immer, wir sind so wirklich Renato King. Habe ich schon immer gesagt. Ich habe hinten ein Trikot bei ihm auch liegen. Was ist das denn für ein Tor? Was war das denn? Alter, Rippe an meinen gefallenen Gegner. Ja. Eiken. Komm. Brasilien. NSP. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott. Was? Aber... was macht er da ist ja arbeitsverweigerung oh mein gott oh mein gott oh mein gott oh mein gott dicker ist es ein icon was ist denn jetzt los ich bin ich mal reingegangen bitte bitte clip bitte clip wenn ich mal rein warum gehst du dahin warum gehst du dahin oder gehen ich lass ey digga wtf also tut mir leid der fickt doch mein bein der sollte ich sollte einen freistoß bekommen der nudelt das bein digga der ekelhafte guck mal wie er da rein nudelt auf perverse art und weise dann ist er trotzdem drin dann ist er trotzdem drin dann ist er trotzdem hä was der war doch drin was kommen können Sala 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 ich hab ja digga ein Show klasse gespielt da hätte er mehr draus machen können dann sind die noch so krassen Kinder aufs 2-1 weißt du ja was das für ein Backpass Lul guck dir den Backpass an zum Tor Lul es ist so vorbei Wollt ihr es sehen alles gut das habe ich schon früher kaputt gemacht das ist mein Wurfcontroller also der ist der ist im Sinn aber warte den Controller behalte ich den werfe ich jedes Mal Eieiei digga aber es tat grad gut oh mein Gott wenn das FIFA Deutschland nicht clippt und da mich rein macht in das Video Chat let's go let's go ICAN 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 acesso mich dagegen zu wehren mein lieber so ich habe alles gesehen aber sagt mir mal was ich was ich da jetzt für kann ganz links links rum rechts vorbei laufen daten kurz ins ohr geflüstert jetzt krieg ich kann man hier da sieht man es gerade gefickt sagt er gefickt was ist ein deal wenn er nicht dann dann hat er wenn er die 110 nicht mehr ich schwöre mann ist der wildeste was passiert denn mit ihr da im publikum so jungs perfekt digger fokus clan wappen so ein team wer ist das der pink lion hätten wir den wenn es ist es ein e-spoiler kennt man den moe ober als moe ich bin ich bin gegen moe ober walk out eiken eiken holland oh mein gott ich hab mir eiken gezogen ich hab mir eiken gezogen nein das ist nicht passiert das ist unsere souveränste partie an diesem abend nachdem wir den lichtblick hatten nachdem hey 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 miyagi hey miyagi hey im feld etwas ein hey hey miyagi da ist bei unten eine leiste ist doch egal schneide ich weg so jetzt haben wir unser thumbnail Das war's für heute.